Arju Juriadi? Einer hat verstanden. Moment, ist leise, ist nix. Rockgitarre. Ist krass. So, jetzt ist krass, Stufe 3. Oh, ist laut. 2,5. Oh! Oh! Ohh! Oh! Oh! Oh, oh, oh. Ah! Oh, oh, oh! Oh! Ich wohne seit mehr als 15 Jahren schon in Meidling. Ich habe dort mein Haus, mein Auto und mein Liebling. Seit 13 Jahren fahre ich Jagger für Touristen und in den Ferien gehe ich Skifahren auf den Pistin. Ich stehe auf und gehe jeden Tag zur Arbeit und ins Kaffeehaus gehe ich immer in der Freizeit. Ja, auch beim Fußball war ich immer schon rapide, sogar dem Unterwäschetrag ich im Grundweis. Doch niemand glaubt, dass ich ein Wiener bin. Niemand glaubt, ein echter Wiener bin. Keiner glaubt, dass ich ein goldenes Wiener. Herz habe ich immer schon, esse ich Purenwurst immer schon. Trink ich Bier, wenn hab Durst, lasst mich doch sein wie ein Wiener in Meidling. Ich stehe um sieben drauf und gehe zu meinen Pferden. Ich stehe um sieben drauf und gehe zu meinen Pferden. Ich stehe um sieben auf und gehe zu meinen Pferden. Ich pflege sie, dass sie nicht Leberkäse werden. Und anstatt Zucker gebe ich ihnen meine Schnittel. Um jede Fahrt tue ich sie ganz lieb, darum bitte. Ich schaue Fernsehen, wenn ich komme, dann nach Hause. Mein Hund heisst Rex, die Katze Johann, der Vogelstrach. Und ab und zu schaue ich auch Musikkant in Stadell. Meine Traumfrau ist dem werer Russer Bum. Doch niemand glaubt, dass ich ein Wiener bin. Niemand glaubt, ein echter Wiener bin. Keiner glaubt, dass ich ein goldenes Wiener gehört. Und jetzt habe ich immer schon. Esse ich Bohnenwurst, immer schon. Esse ich Bier, wenn hab Durst, lasst mich doch. Sei wie ein Wiener in mein Griechen. Ich muss deinen Scheißenträger kurz üben, Ivan, habe ich nur gesagt. Seit drei Wochen sage ich dir. Spiel dem Turke Rompeti. Das reiche Spielschluss auf der Pferde. Spassiva. Hier kommt noch ein Nachsatz. Epilog. Spassiva. 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 Ivan. Ivan.